Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen, aber sehr persönlichen Video, meiner Meinung nach. Ich möchte mich natürlich kurz halten und in dem Video läuft bis auf gleich beim Intro keine Musik, weil nichts anderes meiner Meinung nach dazu jetzt gepasst hätte. Erstmal, ja, herzlich willkommen. Für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn seit ich YouTube oder Twitch mache, war mein Herzenswunsch immer, irgendwann mein eigenes Anime-Intro zu haben. Und diesen habe ich mir jetzt erfüllt mit einem sehr, 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 sehr starkem Team im Hintergrund, beziehungsweise mit einem sehr, sehr starken Team, was ich beauftragt habe, wo sehr viel Arbeit reingeflossen ist, mehrere Monate Arbeit sogar. Und dieses Intro gibt es in einer 30-Sekunden-Variante, ebenfalls für Twitch oder für Special-Videos und einer kürzeren Variante für YouTube-Videos, damit es für euch auch nicht allzu viel wird. Aber alles in allem habe ich das wahrscheinlich erst mal für mich gemacht, weil das wollte ich immer haben und jetzt hatte ich die Möglichkeit dazu. Ich werde euch gleich das Intro zeigen und würde euch aber danach noch gerne erzählen, warum, wie, was und was welche Bedeutung hat und das ein ganz bisschen ausführlicher machen. In die Videobeschreibung werde ich euch später, wenn wir diese ganze Liste zusammen haben, auch noch schreiben, wer daran beteiligt war. Das Lied, was in dem Intro läuft, wurde extra für dieses Intro komponiert, gemacht, erstellt und alle Sachen sind handgemalt. Ich bin sehr begeistert und ja, für mich ist das sehr, sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, aber die letzten Monate, die ich darauf gewartet habe, die sind so langsam verstrichen, weil ich wollte es endlich sehen und ja, ich bin mehr als happy, was das angeht. Es wurde auch von einem kleinen, also ein kleiner Auftrag war es nie, aber es wurde auch von einem kleineren Auftrag zu etwas ganz Großem, weil so viele unterschiedliche Leute mittlerweile daran beteiligt waren. Leute, die Sachen für Apex Legends gemacht haben, für Arkane bei unterschiedlichen Netflix-Serien, CD Projekt und so weiter. Also hier haben sehr, sehr viele, sehr begabte Leute dran gearbeitet und das macht einen irgendwie ein klein bisschen Stolz. Ich hoffe vielleicht, dass ihr es ein ganz klein bisschen verstehen könnt. Ich zeige euch jetzt erst mal das Intro und danach gehe ich noch auf ein paar Kleinigkeiten ein, falls es euch interessiert. Wenn ihr später oder im Laufe des Tages sehen wollt, wer daran alles beteiligt war, gegebenenfalls die Socials von den jeweiligen Personen sehen möchtet, dann checkt gerne einfach die Videobeschreibung ab. Dort werde ich im Laufe des Tages alles hinzufügen. Wenn ihr das Video später als den Release guckt, dann wird das sicher alles schon drinnen stehen. Deswegen gerne in der Beschreibung vorbeischauen. Von mir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür und jetzt erst mal kurz viel Spaß beim Intro. Bis zum nächsten Mal. So, nachdem ihr das Intro gerade gesehen habt, ich hab's mir auch schon, als ich's bekommen hatte, irgendwie hundertmal angeguckt. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Möchte hier einmal ganz kurz auf ein paar einzelne Szenen eingehen. Ihr habt wahrscheinlich das meiste schon erkannt. Viele meiner Zuschauer, die schon sehr lange dabei sind, können sie auch verstehen, warum der Charakter und warum dies, das. Nichtsdestotrotz, weil so viel in so kurzer Zeit passiert, einmal ganz kurz zusammengefasst. Für mich fing alles so ein klein bisschen mit Pokémon an. Natürlich hatte ich schon Commodore 64 gehabt, beziehungsweise mein Onkel und ich hab dann gezockt. Aber an eine Zeit in meiner Kindheit, in die ich mich erinnere, ist einfach Pokémon. Pokémon Rot, Pokémon Blau. Und deswegen muss auch alles mit Pokémon beginnen. Natürlich mit meinen Lieblings-Pokémon, Otaro und Zipurze. Weil Zipurze versteht natürlich immer noch keiner, warum. Aber ich mag Zipurze einfach. Für mich ist das das Favorite-Pokémon. Wenn wir in einer Pokémon-Welt leben würden, wo ein Pokémon hinter dir herlaufen kann oder auf deiner Schulter sitzt, dann wär's Zipurze. Sieht auch so aus, als wenn er einen kleinen Anzug anhätte. Vielleicht wär's auch mein Manager. Ja, nee, ich mag Zipurze. Ich find, das ist ein super cooles Pokémon. Und ich würd immer Zipurze an meiner Seite laufen lassen. Otaro ist und bleibt der beste Pokémon-Starter, den's gibt und je wird. Dann geht's los mit Akuma aus Street Fighter. Street Fighter mit mein erstes Beat'em'up gewesen, was ich gelernt habe. Natürlich hat man vorher Tekken und so weiter gespielt und alles Mögliche. Aber mit Street Fighter 2009, mit meinen Kollegen, ging's los. Und wir haben uns in Kampfspiele reingefugst, in Beat'em'ups. Und Akuma wurde für mich zwar eher später wichtig. Street Fighter V gegebenenfalls auch Tekken. Ja, ist ein komisches Crossover. Aber Akuma, auch genannt Goki, beziehungsweise die Übersetzung Strong Oni, beziehungsweise Demon, ist natürlich essentiell wichtig gewesen für unsere Margin League. Deswegen Akuma, Demon, Margin League. Margin, Anspielung wieder an Dragon Ball, auch für Dämonen. Und deswegen Akuma. Auch die Kette, eine Kette, die ich natürlich in wesentlich kleinerer Form selber die ganze Zeit trage. Deswegen Akuma, für mich auch ein wichtiger Charakter gewesen. Street Fighter IV, das Spiel, mit dem alles begangen. Dudley, das war mein Main gewesen. Keep it classy. War auch ganz zeitlang mal so ein bisschen mein kleiner Spruch, den ich irgendwo als Statusmeldung überall stehen hatte. Keep it classy von Dudley. Mein Main-Charakter, der Boxer aus Street Fighter IV. Deswegen muss er natürlich auch eine Präferenz, beziehungsweise einen kleinen Auftritt im Intro kriegen. Sein Taunt ist eine Rose. Also, wenn Dudley ingame tauntet, wirft er eine Rose auf den Gegner. Und was könnte eine bessere Überleitung sein, als das zum Gladiator aus For Honor? Wir wollen die Rosen sehen. Kleiner Insider. Auch als Twitch-Emote bei mir im Twitch-Kanal vorhanden. Auch ein Rosen-Emote, ein Execution. Und deswegen die perfekte Überleitung, um hier an For Honor rüberzugehen. Für mich immer noch eines der besten Kammenspiele, in Anführungsstrichen. Ist natürlich nicht vergleichbar. Sehr eigenes Genre. Die es gibt, den Goki, also den Shugoki. Er hat es leider rausgehauen. Nach den großen Endungen spiele ich den Shugoki nicht mehr. Der Gladiator ist mittlerweile mein Main-Charakter geworden. Und er kämpft natürlich gegen den Centurio. Ja, deswegen mein Zweitscher, der auch noch leicht im Intro vertreten ist. Wir wechseln rüber zu Mario Kart. Ein fantastisches Bild. Also, die Hintergrund, also die Strecke. Die Hintergrundstrecke, wollte ich sagen. Big Blue. Es muss sein, ja. Big Blue macht alles besser. Und da sind die drei. Wario, Waluigi und Baby Bowser. Meine drei Charakter, die ich in Mario Kart spiele. Deswegen hätte passender nicht sein können. Auf Big Blue. Perfektes Bild. Einfach sehr, sehr schön. Geht rüber zu D-Look. Äh, Genshin Impact. Seit Release von Genshin Impact ist D-Look bei mir im Team vorhanden. Habe ich nie ausgetauscht, obwohl mittlerweile so viele coolere oder bessere Charakter im Spiel vertreten waren. D-Look einfach Main. Und, äh, natürlich aufgrund der Feuerattacken, der Farbe Rot. Äh, welcher Gegner könnte da nicht passender sein als Kane aus League of Legends? Red and Blue. Red and Blue Kane. Ähm, mein League of Legends-Main, wenn ich Jungle. Jungle Main only Kane, mein Valorant-Account. Oder Jungle Kane only, mein 50. Valorant-Account. Äh, ja. Kane musste auch mit rein. War auch auf meinem Stream-State-Gleichbild mitzusehen. Deswegen Kane auf jeden Fall auch vorhanden. Es geht weiter mit Dead by Daylight. Wahrscheinlich mittlerweile mein meistgespieltes, äh, Game im Stream. Und, äh, die Hochzeit von, äh, D-B-D war zur Zeit vom Nemesis, vom Resident Evil Chapter. Deswegen folgt hier der gute Nemesis meinem zusammengestellten Mac-Thomas-Charakter mit der Saw-Schweinemaske, dem Rock und, ja, einfach mal ein In-Game-Outfit. Sehr, sehr cool übertragen worden. Schöner Chase. Was ist der natürliche Feind eines Nemesis? Natürlich ein Raketenwerfer. Kennen wir alle. Äh, hier aber nicht von Chris Redfield oder, äh, Jill Valentine, sondern, äh, ja, einfach von Raze. Raze, der einzige Charakter, den ich in Valorant spiele. Von 600 Spielstunden, wahrscheinlich 590 gespielt, seitdem die Statistik vorhanden ist, in Valorant 100% played auf Raze. Deswegen, besser hätte es nicht passen können. Auch der Angriff gegenüber Nemesis, ja, musste von Raze stattfinden. Ähm, nach der Explosion kommt ein Charakter raus, den ihr wahrscheinlich alle nicht kennen werdet. Also nur die wenigsten von euch. Grüße gehen raus an die, die es erkannt haben, beziehungsweise den Charakter kennen. Iron Tager ist das. Ähm, wir haben 2009 mit Kampfspielen angefangen und dort ging's los mit Street Fighter. Ähm, ich erinnere mich noch, als wir ungefähr zur selben Zeit, äh, da hatte ich meine Kollegen von der Schule abgeholt, äh, und wir sind zu einem Computerspielladen gefahren, der Spiele aus dem Ausland hatte, die bei uns gar nicht verkauft wurden. Und dort haben wir das erste Mal Bless Blue kaufen können und spielen können. Das ist auch ein 2D-Beat-em-up. Und Iron Tager, der schlechteste Char in Bless Blue, Call Me Die Trigger, dem ersten Spiel, wurde direkt mein Main-Charakter. Wurde über alle Spiele hinweg gebufft, geändert und so weiter. Aber Iron Tager war der Charakter, mit dem ich Kampfspiele dieser Art, also die etwas komplexeren 2D-Beat-em-ups gelernt hab. Und deswegen Iron Tager für mich immer noch ein wichtiger Charakter gewesen, was Beat-em-ups anging. Und nicht nur das. Iron Tager hat den Spitznamen The Red Devil. Gut, man kann's ein bisschen erkennen, ja. Man versteht, glaube ich, warum. Aber das spielt auch noch eine andere wichtige Rolle. Dazu kommen wir gleich. Bevor wir zum Ende kommen, ja, ist natürlich Evie, ja, mein Hund, äh, unser Hund, im Intro vertreten und, äh, bekommt auch noch einen kleinen Auftritt. Vielen, vielen Dank hier nochmal an das Studio und an die ganzen Artists, die an dem Intro beteiligt waren. Denn die Idee mit Evie kam erst sehr, sehr spät und da mehrere Zeichner und Animationskünstler selber Hundebesitzer sind, haben sich sehr darüber gefreut, haben das sogar noch gemacht. Deswegen auch von mir noch ein ganz großes Dankeschön, dass ihr euch die Zeit da nochmal extra genommen habt, um Evie mit ins Intro zu packen. Ähm, das Logo am Ende, sehr, sehr geiler Effekt. Das ist ja das neuere Logo, das Dalu Card Logo und die Schriftzeichen im Hintergrund soll natürlich eigentlich eine Anspielung sein an Margin, übersetzt Demon oder Teufel, von, abgeleitet von Akuma, Goki, was wir am Anfang hatten, aber die eigentliche wortwörtliche Übersetzung ist, äh, Teufel, was natürlich in dieselbe Richtung geht wie Demon und Dämon und, äh, wenn man sich das Logo jetzt nochmal anschaut und dann nochmal an Iron Taker, The Red Devil, äh, äh, sich erinnert, ähm, es hätte nicht passender sein können. Es ist so ein schön abschließendes Intro, welches meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne Story erzählt, es ist alles drinne, was ich haben wollte, ich bin sehr, sehr zufrieden, es fasst sehr, sehr viel der letzten Jahre für mich zusammen und ich bin extrem happy. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, also für mich ist das wirklich so ein kleines Herzensprojekt gewesen und, äh, vielen, vielen Dank an alle, die an dem Intro beteiligt waren, ähm, bin, super happy darüber, ich bin sehr stolz auch drauf, das haben zu können und, äh, es ist so ein bisschen ein kleiner Zusammenschnitt der letzten Jahre oder meiner Story, was, äh, YouTube und Twitch angeht, ähm, Sachen, womit es angefangen hat mit Pokémon, mit Beat'em Ups, gerade so Bliss Blue und Street Fighter war kurz bevor ich angefangen habe, selber YouTube, äh, und Twitch zu machen, bis hin zu, zu allen Sachen, die jetzt mit drinne sind, also sehr, sehr schön. Ähm, wie, wie am Anfang schon gesagt, ich hoffe, ihr könnt das so ein klein bisschen nachvollziehen, entschuldigt bitte, dass ich das so ein bisschen emotional, aber, dass mir das trotzdem so nahe ging, erzählt habe, äh, ich bin sehr über euer Feedback gespannt, ich hoffe, ihr findet das Intro irgendwie cool und, äh, wenn euch interessiert, wer daran alles beteiligt war, dann checkt gerne die Videobeschreibung, ich werde alles hinzufügen, was ich an Infos sammeln kann, was ich ranbekommen kann und euch, äh, ja, dann in der Videobeschreibung präsentieren. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns mit dem Intro in dem ein oder anderem YouTube-Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao! Ciao!